Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Ich glaube, dass er zu deiner Errettung und zur Partie vom Teil der Schildern vorzugangen ist. Ich glaube, dass er dich richtig gesteht hat für alle Ewigkeit. Ich glaube. Du besagst dem Satan und all seinen Werken. Ich widersage. Für dich haben wir den Vers von Gott empfangen aus Joshua 1, Vers 8 und 9. Aber zuerst lese ich vor, die einladenden Worte hier. Christine Stadtecker, geboren am 9. August 1988 in Salzburg, wird heute das Bekenntnis des Glaubens an Jesus Christus getauft. Am 31. Dezember 2009 in der Gemeinde Salzburg. Der Taufspruch lautet, dieses Buch des Wortes Gottes soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn du wirst auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Erschritt nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Halleluja! Halleluja! Christine, ich rufe den Namen des Herrn Jesus aus über dir. Das Bekenntnis deines Glaubens. Taufe ich dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen! Amen! Ja, Mann!